Im Alltag schaut es ja leider häufig so aus, dass der Hund folgt, solange nichts Interessantes drumherum ist. Kommt allerdings der Hundekumpel um die Ecke oder springt der Hase auf oder kommt der Nachbar aus der Tür und sagt, bist du aber ein Süßer? Zack, ist der Hund weg und lässt sich auch leider nicht abrufen. Dabei ist das gar nicht so wahnsinnig schwierig, wenn man ein paar Dinge beachtet. Dafür muss man sich einfach nur mal so eine völlig typische Rückrufsituation vorstellen. Ihr geht mit eurem Hund spazieren, der ist ohne Leine und plötzlich kommt der beste Kumpel ums Eck. Ihr ruft und hurra, euer Hund horcht sogar und kommt zu euch. Und was passiert dann? Er wird erst mal angeleint, weil er vielleicht in dem Moment nicht spielen darf, vielleicht ist eine Straße in der Nähe. Das hat ja oft ganz vernünftige Gründe, den Hund in dem Moment anzuleinen. Und im schlimmsten Fall geht ihr dann noch weg vom Hundekumpel, weil er jetzt gerade keine Zeit ist. Und was hat der Hund gelernt? Doof gelaufen? Wenn ich komme, wird es richtig blöd. Ihr müsst euch erst einmal zwei Signale überlegen, die ihr für den Rückruf braucht. Eins zum Umdrehen, das heißt der Hund dreht sich zu euch herum und eins, damit euer Hund zu euch herankommt. Nächsten Schritt gehst du also auf Schleppleinlänge von deinem Hund weg, gibst wieder das Signal zur Umorientierung. Er dreht sich wieder um und wenn er dann auf dich zugelaufen kommt, gibst du wieder dieses unterstützende, man nennt es Ankersignal, weil es dein Hund bei dir verankert. Dieses unterstützende Signal, während er auf dich zukommt, ist er bei dir angekommen, belohnst du ihn wieder ganz klasse. Pfeifen, heranpfeifen oder heranrufen, begleiten, während er auf dich zukommt. Und aus deiner Belohnungsliste wählst du dann wieder die verschiedensten Belohnungen, die deinem Hund in diesem Moment Spaß machen. Tönn! Tönn! Super! Tönn! Komm, 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 komm her! Super! Toll gemacht! Klick! Super! Und! Super! 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 Super!